So sieht die Bucks aus. Hauen wir jetzt alle erst an mit der Asics Gel. Link von der Asics Gel werden noch in meine Bio kommen. Also für die Leute, die jetzt live sind, der Asics Gel-Link kommt erst später rein. Und für die Leute, die das Video sehen, der Asics Gel-Link ist in der Bio, in meiner Bio. Dort könnt ihr den dann günstig kaufen oder auch bei mir kaufen. Wenn du keine weiteren Streams verpassen willst, folgt mir hier auf Twitch. Auf Twitch laufen Gewinnspiele, werden Halt gestreamt, machen wir auch IRL-Streams. Die Links zu den Twitch sind in meiner Bio oder im Linkschiff verlinkt. Allererstes kommen wir an mit dem Asics Gel, die ich hier habe. So sieht die Bucks aus. So sieht die Bucks aus, Jungs, so sieht die Bucks aus. Wie die Originalbox. Asics Gel. Sehen wundervoll aus. Und ich habe diese Version hier. Ich glaube, es ist eine andere Version. Das ist auf jeden Fall die Asics Schuhe. Und vergesst nicht, beim Discord beizutreten. Link ist in der Bio. Dort könnt ihr in den Discord beitreten. Unter dem Discord erfahrt ihr, wie ich es für euch bestellen kann. Wie man bestellt auf CSS-Buy, Who-Buy. Nicht zu vergessen, auf U-Rentic und auf Mool-Buy. Wenn ihr die Spätschen und so weiter auch braucht, so wie Trusted Seller, Drink im Discord, dort findet ihr auch alles. Und dann sehen wir uns dort reden. Ich sehe gerade gar keine Flaws auf dem Schuh. Also ist ehrlich, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Gel hinten gerade. Meiner Meinung nach ein Prachtstück. Ein sehr neister Schuh, Jungs.